In die Kamera schauen? Okay, kein Problem. Gelernt habe ich speziell bei der Keynote von Simon Jäger, die ich sehr wichtig fand, dass wir eine gewisse Daten-Aversion in Deutschland überwinden müssen. Der Mann, der da geforscht hat und der als Wissenschaftler auf der Bühne war, hat gesagt, wir brauchen mehr Daten, um besser Bescheid zu wissen, was Menschen brauchen. Und das halte ich für sehr richtig und wichtig. Ich glaube, die SPD sollte sich viel offensiver um Selbstständige kümmern. Gerade um Selbstständige und kleine UnternehmerInnen, die eine wichtige Säule der Digitalisierung sind. Ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, wie rutschen so viele Selbstständige nicht in die Altersarmut ab. Wie können wir bestimmte Sozialsysteme, Aspekte davon auch für Selbstständige zugänglich hermachen. Das sind alles wichtige Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.